In diesem Video zeige ich einen Tiefendud in seiner einfachsten Form aus meiner Sicht, so eine Tropfenform. Die wird aus einem Zopf, aus dem Gesamthaar gelegt und gleichzeitig wird auch die Bindungsstelle bedeckt. So brauchen wir keine weiteren Manipulationen an dieser Stelle. Das ist die Form, die asymmetrisch ist und deswegen auch leichter als eine perfekte Symmetrie. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020